Wenn Sie sich das nächste Mal aufregen, und oft geht es gar nicht so lange, bis man sich das nächste Mal aufregt, dass man nicht nach aussen geht und sagt, das oder jenes will ich, dass es anders ist, sondern dass man nach innen geht. Eine Möglichkeit ist eben die Atmung. Man zählt zum Beispiel die Atemzüge oder man schaut, wie tief man atmet, ob man nur in die Brust atmet oder ob man tief in den Bauch atmet. Der Trick ist, dass dann die Achtsamkeit an einen ganz anderen Punkt gelenkt wird, als dort, wo sie früher war und wo sie sich dann sofort in eine Reaktion und in einen Streit hineingegeben hat.